Was habt ihr da? It's time! The day has come! Time to go to your new school! Move! Bin ich jetzt ein Capybara? Capybara! Capybara, Capybara! So, you're the fresh face around here, huh? Well, welcome to the Ring Academy! My name is... Circulus? Your day will look like... TMTS? First off, I'll introduce you to our rules. Don't worry, it won't take long. Next, you're in for some kind... Mind-bending question... Question science? W-T-T-H, Mrs. Chalk. Then, get ready to bust a move with Mr. Du... He is AI. About the dance floor? Nope, you've got your dancing shoes. Was? Leslie, rumor has it... Our principals got a little test... Lined up for you... To see if you're a worthy student. Kannst du nicht lesen? Ja, ich kann die Schrift nicht so gut lesen. But enough? Dilly? Delling? Let's make a... Killer first impression. Junge, ist das eine beschissene Font. Und... Holy shit. Du musst wieder in die First Class wiederholen. Digga, ich geb dir gleich ein First Class in dein Gesicht. Press E to choose the... Ah... Schade. Oh... 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 Hey! Ja, war meine Lieblingschallenge, dank an Rompa, wo man so diese Ringe werfen musste. Okay, erste Stunde, gleich kommen Monokuma, Hoppa, Capybara, 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 ach komm schon. Was habe ich verpasst? So rund 5, 6 Stunden Streamen? Also alles? Da kommen Kreide. Jo, Valeria, tschau tschau. Oh nein. 11 x 12 ist 101. FALSCH! Can Shark Swim Backwards? Nein, wieso sollt ihr das können? Ich glaube, ähm, Haie können rückwärts schwimmen. Vermute ich jetzt einfach mal. Can Shark Swim? Ja natürlich! Hä? Habe ich schon voll oft gesehen. Na guck mal, da oben schwimmt der rückwärts gerade. Und der Stuhl fliegt. Okay, ich bin bereit. Doe books read us when we are not looking? Da oben ist ein Buch hinter der Tafel, der hat Augen, Chad. Lesen Bücher und Chad? Nein, oder? Aber ich denke, er will Always haben, oder? Er will Always haben, oder? Er will Always haben, oder? Da war ein Elefant! Da war ein Elefant! Uh, der Flip! Did I kill your dog today? Was ist das für ein Game? Er hat eine Knarre hinterm Rücken! Did I enjoy it? Immensely. Immensessely. Immensessely. Who would win a fight? Mrs. Shark! Don't fuck with this, Mrs. Shark! Jetzt muss ich... Okay. Nee! Oh! Jetzt wird's schwierig. Ist der Game zu hart? Nein. You can activate Easy Mode bei... Fick dich. Lass mich doch mal in Spiel spielen. Scheiß Game. Oh mein Gott! Ja! Boah, der war clean! Sauer. Boah! Schade. So wenig fährt er nur? Oh! Nice. Disco, 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 Dis... Da ist mein Doggo! Der lebt ja noch! Wenn ich daneben werfe, kommt er näher. Oh! Wenn ich daneben werfe, kommt er näher. Oh! Oh nein! Okay, Chad, ich muss jetzt das Ding zurückholen. Wenn ich das Ding zurückhole, dann kommt er näher. Okay. Ah! Ach komm! Zählt nicht! Gleich kommt der Jumpscare! Ey! Gleich kommt der Jumpscare! Er ist weg! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Chat! Füße hoch! Jumpscare kommt! Oh Gott! Boah! Okay! Oh nein! Ja! Kannst du bitte aufhören? Bitte? Ah! Ah... Arschloch! Wie so Schwein! Nice! Oh, clean. Saubere Schule. Oh, clean. Saubere Schule. Oh, baby. It's fast triple. Nur fast. Nice. Nice. Oh, er ist traurig. Oh, heute darf ich niemanden töten. School is over yet. Time for an exam. Scheiße, jetzt kommt die Prüfung. Verdammt, jetzt muss ich richtig gut sein, ne? Wer war das denn? War einfach ein riesiges Baby. Stark. You can always hold cue to turn around. Ich denke mal, wir wollen nicht turn arounden, oder? Ich muss. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Das bewegt sich. Das ist unfair, dass es sich bewegt. Oh, nein. Das ist unfair. Das ist unfair. Jetzt muss ich zweitreffen. Ich höre dein Geräusch. Er kommt, oder? Ja, was? Ja, was? Er kommt. Ja. Not so good ending. Oh, no. You not only failed the test, but you also suffered a gruesome death. Bewegend ist aber auch echt, ist echt schwer. Ja. Gung und du Gu! Nice. Nein. Was für langsam wird es taurig? Spiel doch selber, du Speedrunner! Wir sind Mischa. Sprechen! 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 Einer Wir spinnen Freddy Bär! Nein, nein, nicht nochmal! Oh mein Gott! Freddy Funs Bär! Oh, 2. 2. Den 2nden für den 1. Tried. Nice! Exitus! Exitus! Experiamos! Avada Kedavra! Das war alles nur ein Traum! Mr. Lupin! Mr. Lupin kennen wir, haben immer gespielt. Den kennen wir, dieses Spiel, was nur mit dieser roten Box ist. Der lebt ja noch, Chet! Alles gut! Jaaa! Jaaa! You escaped and the dog is still alive! Nice! Yes! BANG! BANG! Dieses mieses Schwein! Dieses verdammte Schwein! Hehehe! Hehehe! The text shit! Hehehe! Don't worry, your dog is fine! It was just ketchup! Hehehe! Press Q to see a cute doggo! Oh nein, Leute! Press Q to see a doggo! Oh mein warum! Aool, aaaoaaaar! Two if… Me.. Me.. Te leverage.. Es geht nachdem, jemand zu mithumblem comes… Vielen Dank.